Ja, das war's doch noch nicht. Kann ich den Typ... Ah, pass auf, Sorge. Wir sind noch lange nicht genug wie Akira. Du machst dich lächerlich. Äh... Verzeihung, er haben noch. Wie war es, Akira? Entschuldigt sich, aber er war doch der Kopf des Teams. Oder etwa nicht? Nein. Der dicke Bürgermeister! Mach's grad. Respekt, Respekt. Was für ein prächtiger Kampf. Ehrlich gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass ihr es bis hierher geschafft habt. Schauen wir mal. Was? Der Bürgermeister? Aber wieso? Und wieso hier? Ach nein, du hast es immer noch nicht durchschaut. Wie kann man noch so naiv sein? Mal bin ich der nette, hilfsbereite Bürgermeister, mal der Herrscher im Dunkeln. Der Böse eines mächtigen Verbrecher-Syndikats. Mein wahren Name ist Intrigo. Ja, ist klar. Und ich werde nichts weiter als die Weltherrschaft anbringen. Pinky, weißt du, was wir morgen machen werden? Nein, Brain, ich weiß es nicht. Morgen werden wir die Weltherrschaft an uns reißen. Der Pinky, der Pinky und der Brain, 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 Brain. Ja. Es ist Dr. Wiley! Wie konntet ihr es wagen, meine Pläne zu durchkreuzen? Aber ich werde meinen Plan genahmen durchdurchziehen und beim nächsten Mal werdet ihr keine Rolle mehr in diesem Plan spielen. Ich werde euch zerquetschen und dann steht nichts mehr zwischen mir und der Weltherrschaft. Was? 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 Ah! Nein! Bitte lasst meine Pokémon geheilt werden! Was? Level 60! Leck mich! Was ist kaputt? Was ist kaputt? Level 60! Was? Was? Ja, es ist scheiß drauf! Was? Nein! Ich halte Pokémon! Was ist kaputt? Was ist kaputt? Pokémon! Ja, sie sind... Okay! Kurz beruhigen! Strategie überlegen! Ich brauche Psycho und ich brauche Dinge! Ich hab grad die total falschen da vorne! Hätte ich das gewusst! Scheiße! Scheiße! Was? Vergenaufe! Läuft meine Tonaufnahme noch! Was? So! Ja! Sie läuft noch! Andererseits bestanden so viel hab ich noch nie am Stück aufgenommen! So eine Scheiße! Hoffentlich wird das was! Aber, äh... Tausch! Ja, es ist kein Bock die Aufnahme zu... ...zu stoppen! Waaaah! Waaah! Oder soll ich sie kurz stoppen? Waaaah! Ist das eine Scheiße?! DAAAH! So, jetzt sind die Richtigen da vorne! Drachentanz?! Okay, egal! Du hüllst deine Angriffskraft und dein Innit! Waaaaah! Ja, ist okay! Koin Sieb! Wuuuah! Na, das hätt nach Tara nicht ausgehalten! Das passt doch nicht auf! Ich geh kaputt! Scheiße! Psychogeneser, mach mal! Nein! Scheiße! Nein, Nose! Fuck, was ist kaputt? Ich glaube, ich verliere jetzt Hoffnungslos gegen den Typen. Boah! Scheiße! Ähm... Scheiß drauf! Das Vieh ist Teil ins Flug, also vielleicht hilft es ja was los am Taurus. Fuck! Scheiße! Wie wusste doch, das kann doch nicht alles sein! Das letzte war doch nicht Metagross. Gut, das ist schonmal gut. Er hat BIM! Nein! Das ist unfair! Nein! Ja, hat keine Wirkung! Leck mich! Scheiße! Fuck! Ähm... Jaaa... Genau! Leck mich! Ich hab keine Chance! Ich hab sowas von keine Chance! Gut! Du nur einen Aurora-Strahl gegen das Vieh und du machst auch mal einen Erdbeben! Scheiß drauf! Risikodecke! Yay! Und es ist... tot! Fuck! Fuck! Scheiß! Ich bin so tot! Erbring meine ganzen Belieber bringen nichts! Die kann ich in der Fall verrauchen! Oder kann man den Kampf nur ver... Kann man den Kampf gewinnen? Scheiß! Den Sprung von 10 Level ist unfair! Das ist so unfair! Das ist so unfair! Boah! Aber stellt euch das mal vor Augen! Wie stark waren bitte die Typen, die gerade eben nicht gegen Kämpfer haben! Am Anfang... Level 45... Das war okay! Kein Thema! Der Boss Level 50 Level 55... Auch noch kein Thema! Leather King! Hast du irgendwelche Probleme, Junge? Pfff! Kreuzi! Und Boom ist tot! Ja, aber fast! Yeah! Scheiße! Das kann ich nicht gewinnen! Das ist... Scheiß drauf! Zermalmklaue! Ja! Scheiße! Meine Stimme geht grad kaputt! Was? Das ist kaputt! Was? Ich hab noch Nachtara! Juhu! Ich hab noch Nachtara! Scheiße! Aaaah! Ja! Scheiße! Da, fuck it! Ja, bist tot! War klar! Das war mir schon klar, dass du jetzt tot bist! Scheiße! Ich bin... Ja... Komm, mach Synthese! Faulenz! Juhu ist Faulenz! Synthese! Ich rette mich mit Synthese! Und jetzt kommt ein Kreuzheb und es ist wie es tot! Ja, es ist tot! Bumm! Das war's! Ja, da ist... Da ist Level 60! Level 60! Warum hab ich mir selbst aufgenommen? Ja... Konnte man das überhaupt gewinnen? Aber soll man das gewinnen? Man soll es gewinnen! Yo! Äh... Der Meisterball ist immer noch weg, ne? Ja! Okay! Äh... Wie viel Kohle hab ich noch? Ich hab grad eigentlich ziemlich viel verdient... Äh... Ja, mehr als vorher! Scheiß drauf! Boah! So, was war das? Also, ich muss... Ich geh nochmal trainieren! Tut mir leid, Leute! Also, ich speicher jetzt hier! Sichern! Sichern! Das war... Viel zu lange! Okay, das war's für heute mit Pokémon! Baaah! Was war das? Ich komm wieder, wenn meine Pokémon... Weil, weiß ich, Level 100 sind! Ey! Okay, Level 100 nicht! Aber wenn die ein verdammt hohes Level haben... Dann bin ich wieder da! Ey! Bis zum nächsten Mal, Leute! Ciao!